So, da sind wir auch wieder und ziemlich unglücklich gelandet, da haben, ja, auf jeden Fall nicht aufgepasst, äh, ja, wir sind da wieder zurück in der Raumschlacht, ich muss jetzt erstmal warten, bis der Bolle wieder da ist, ich glaube, der ist jetzt auch wieder da, also, auf jeden Fall, Bolle, erstmal Triebwerke kaputt machen, ach so, Triebwerke, also, Triebwerke, von der Corvette, das reicht, wenn du da irgendwie, Bazooka, äh, Raketenmäßig da reinballerst, Das mach ich aber jetzt schon So, ich glaube, es ist geschafft So Okay Ja, ich mach, der war die ganze Benchies kaputt einfach So Ja, ich bin So Zurück von Patrouille, Echo 2 Keinen Entkommen lassen, Sabers, abschießen, bevor sie entkommen und den Supercarrier warnen können Warnung, in den Geschwankungen in Achterstaat durch der Korrekturkontrollpunkt So Ah, Seref 4, Seref da Das war hier, wir müssen jetzt noch die, äh, Ich hab von dem Ding noch einiges zerstören Ja, ich mach halt auch die ganzen Benchies kaputt, die hier so rum Hm, ich guck jetzt noch, was sich am Schiff zerstören, was das meine ich Ich muss ja noch am Schiff zerstören Hallo? Ich schieße Feind am Wohnen In meinem Cockpitach Karp, stehe unter Beschuss Komm, Schild Feuer frei Wie? 20% noch Den hat's erwischt Okay Guter Schuss Du kannst versuchen zu landen, vielleicht oben drauf Wenn ich nicht komme Ach, und Oben, 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 oben Ich, die Schießer war auch nicht, versuch das mal Ich versuch das mal zuerst mit zu gucken Okay Hier, da Jetzt, wo wir müssen wir kommen Oben, oberauf Acht, da hoch Acht, da oben, was wir doch Okay, okay Alles klar Als klar Das ist ja Einfluss Eine Sache muss ich dir noch zeigen, Bolle. Wenn du dir gleich die Marines anguckst... Die haben, ähm, zwar einen Helm an, weil die natürlich im Raum kämpfen, ja, was auch, was auch so lange, so weit so gut auch logisch ist, ne? Äh, wer montiert dich da? Ähm, aber ihre Klamotten sind ganz normal, das passt natürlich nicht, wenn du im Raum kämpfst. Äh, wie meinst du, die Klammer uns rum? Ja, so, mal eine Jeanshose, so, sag ich jetzt mal. Da wurde einer gepennt, würde ich mal sagen, ne? Das passt nicht, das war wunderschön, dass die einen Helm tragen, das macht schon Sinn, okay, aber... Das war sonst ein bisschen doof geregelt. Oh, einer war wie ein Gepennt, würde ich mal sagen. So, muss das eben draus sein. Und wir sind runter, ja, ne? Das ist wahrscheinlich, oder? Ich guck jetzt grad, versucht grad... Ich denke schon, ja, ja, aber ich hoffe, dass die Elite, das ist die Himmere, die kriegt die nicht kommt. Was heißt, ich gehe schon mal runter? Hier runter, ich glaub hier oben. Ah, Nate! Drei Eliten, mehrere Eliten, wow. Wow, Junge, das sind gefühlt, sechs Eliten. Viel Spaß! Ja, bleib mal lieber hier oben. Junge, 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 Junge. Das kannst hier kein erzählen, der gefühlte sechs Eliten. Keinen mitgenommen, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hä? Nein, ist klar! Oh, ja, okay, 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 die sind dann alles an einem Haufen, die sind alle an einem Haufen. Komm! Du, 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 ihr blöden Säcke, was trennt ihr euch gerade? Haha, als ob sie es gewusst hätten. Ja, ey, mal, ohne die perfekte Waffe hast du echt die Probleme. Ey, ich krieg keine Sau, Joe, nur Energieschild down. Das ist doch kacke. So, Schlag in den Rücken. Einen hab ich down. Einen hat mal wieder... Einer hat wieder Energieschild down, wir haben jetzt Kontrollpunkt. Juhu! Nein! Doch! Zweiter down. Läuft doch! Krieg ich langsam hin hier. Ich check, dass ich hier bin. So, zweiter down. Haha, nur noch zwei übrig. Geil, läuft. 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 Die geschnittenen Buttermilch. Nur auch einer. Schön. Überlegs gibt es hier auch einen speziellen Elite, die nur dann, wenn du für Herausforderungen killen musst. Ja, gut. Der hat mich jetzt überrascht. Ich glaub, der will gleich zu uns hochfliegen. Deswegen. Ich wollte zu ihm runter und er wollte hoch. Ja, wenn er hochkommt, dann kriegt er was von mir. Oh, tot. Also der. Der tot? Bleib um, bleib um, bleib um, bleib um, bleib um. Waaah, das ist so schade. Fuck. Okay. Ne, Glückwunsch. Ich hab nicht mehr in den. Okay, Nobel. Bringen wir die Überraumbombe an Bord. Sechs zum Hangar. Okay. Falsche Richtung. Verdammt. Falsche Tür gewählt. Die kommen schon. Die pimpen. Schön, dass sie sich selbst bombardieren. Das find ich so toll. Okay. Kannst langsam runterkommen. Ich wollte gerade da... Ich wollte gerade da... Treffen Sie. Treffen Sie. Verstanden. Und unterwegs. Aber geh nicht so weit raus. What the fuck? What the fuck? Ich wurde bei den gespawnt und dann... Oh, verdammt. Ich wurde in den Schuss reing gespawnt. In den Schuss reing gespawnt. Okay. Den müssen wir erstmal killen. Das war... das war mies. Okay, ich will den am starten. Ich muss erstmal den da umkillen. Weil der gibt Energieschild zusätzlichen. Bam. Der ist down. Wie mies das gerade war. Das ist mies. Da gebe ich recht. Boah, zwei Scharfschützen in einer Ecke. Das ist ja natürlich jetzt fies. So. What the fuck? Wie halten die aus? Ich bin tot. Ich bin tot. Ach du auch. Ich schieße auf diese Grumps. Juck dir einfach nicht. Ah, okay. Ach, voll gut. Ich hab jetzt auch Juck. Ja, du bist doch eh gespawnt. Wie... Gebeamt, ne? Wer wird gleich sehen. Oh, verdammt. Verdammt. Nadelwerfer. Gib mal deinen Nadelwerfer. Ja. Das kann ich gut gebrauchen. Ich bin gleich tot. Ja, tot ey. Wegen dem scheiß Scharfschützen. Ich bin unterwegs. Meine Haare. Fresse. Ich bin wegen dem doofen Scharfschützen. Willst du machen, ne? Dann machst du nichts. Dann guckst du los. Dann machst du nichts. Ich glaub Nadelwerfer... ...schonmal nicht schlecht. Okay, ich bin jetzt rot worden. Und Kontrollpunkt hier. Okay. So, da ist... ...der Ingenieur. Ah. Okay. Okay. Na komm. Zeig doch mal eine Billigfresse. Blöden Scharfschützen. Von wo? Oh nein, die Wand. Schon wieder von ihm. Nein. Ich darf nicht springen. Nix. Ach, die schweben hier hoch gerade. Verdammt. Gut. Bin da, bin da. Ah, die Tür ist hier auf. Oh, wir können uns hier verstecken. Digga. Diese Krone, die fecken mich einfach weg. In mein Arsch. So. So. Ich glaub, wir können uns hier ein bisschen verschanzen. Digga. Ich darf nicht einmal rausgucken. So. Okay. Ich geh mal raus, ja? Mach das. So. Oh. 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 Heavy Metal. Ehrlich. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Bin tot, bin tot. So. Oh nein. Oh nein. Oh nein, die kommen hoch. Bleib unten, bleib da. Die kommen hoch. Oh, die haben sogar Barzooka. Die haben sogar Barzooka. Die haben sogar Barzooka. Oh, ich wüsste nicht, dass ich hier bin. Okay, bleib da, bleib da. Bleib da, bleib genau da. Die sind an die vorbei gelaufen. Ich mach gar nix. Bleib genau da. Bleib genau da. Geh dir, Bruder. Geh dir. Geh dir. Hinter dir. Es ist mir scheißegal. So. Sag nicht, wo ich bin. Sag nicht, wo ich bin. Geh raus, geh raus, geh raus. Oh, egal. 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 Puh. Ich glaube, hier ist doch noch eine Idee, oder? Nicht mehr. Alter. Ich hoffe, die Spinner schießen jetzt nicht auf dich. Ich bin tot. Oh Gott, hier, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib genau da. Bleib genau da. Ja, ich weiß. Ich guck schon ein bisschen um die Ecke. Ja, ich geh raus, ich geh raus. Ja, genau wo du gesagt hast. Ich bin tot, kam einer in die Ränge. Es ist nie zu fast. Ach, ich bin tot wieder, ey. Ich hatte hier grad sein Energieschild down. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ist mir egal, ist mir egal. Tot. Wer kommt zu dir? Bleib da. Nein, der kommt nicht. Bleib da. Okay. Uff. Uff. So, der ist down. Äh, down. Town ist er auch, aber. Huh. Nein. Kann ich aufpassen? Nein, 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 nein. Okay, okay. Ich ruhe jetzt einfach hier aus und chill einfach. So. Ich glaub nur noch eine oder zwei. Ausgleich hinter Scharfschütze. Ich muss erstmal Energie tanken. So, so. Mach mit der Ruhe. Werbe es 14 Minuten. Keine Ruhe. Muss direkt loslegen. Oh. Oh. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich gesehen. Okay. Bam. Voll ins Gesicht. 6. Die Schildsteuerung. Ich muss rein. Kein Thema. Gerne. Okay. Ich hab sie. Pulverfass ist an Bord, Colonel. Verstanden. 6. Bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Corvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. 5. Schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also, Beeilung, okay? Okay. Siehst du, weil die haben hier normale Buchsen an. Das ist ein bisschen komisch, wenn man im Raum kämpft. Hey. Die haben hier eine DMR, wenn du die Munition brauchst. Ja, du bist so sass, ne? Jo, hier ist echt eine D-Man. Nice. Äh. Ja, ich kann die D-Man mit. Ich hab' Feuer. Oh, ich fang' so gleich down. Ich hab' auch noch einen Ball, nicht? Oder einen Ball, nicht? Oder einen Ball, nicht? Oder einen Ball, nicht? Oder einen Ball, nicht? Tod. Wir haben sechs aber nur... Okay. Äh, nicht nur ich sterbe gerade. Oh, das sind mehrere? Hm, zwei Stück, glaub' ich. Ich sterbe gleich, also vorsichtig. Oh, ja. Ich dachte, ich könnte vielleicht die Nate mitnehmen, aber müsste ich schon vorher laufen. Bleib' mal hinten. Verstecken? Verstecken sich da in einem Loch auf beiden Seiten. Das sind ja... ...Bauerfüchse. Feige, feige. Ja, nein, da gehe ich schon da... Ja, das tut. Muss das noch? Nein, das war das, das war noch. Ja, nur noch der eine. Ne, ja. Was war denn das? Ja, zu spät. Danke. Wir Savannah und Holland erleiden schwere Strukturschäden, müssen abbrechen, Colonel. Verstanden, Savannah. Unser Team ist drin. Lösen. Da, wir müssen hier runter, oder? Prozent so vor Ort und 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 müssen noch mal schön hart von uns und er hat auch nur die Nöhe so von den ersten und zweiten durchhalten aber ich glaube das wird kann man sowieso nicht Können Sie mich hören? Achso. Halt ruf die Kamera. Hab ich. Ich guck jetzt grad, ob wir noch irgendwelche Waffen haben. Setzen Sie die Konvert in Bewegung und verschwinden Sie! Noch nicht, aber ich guck jetzt grad, ob wir hier schwere Waffen haben. Gibt's doch leichte Waffen? Hahaha. Hahaha. Ja, Pistole, Beispiel. Ähm, okay, gut, dann lass uns mal gehen. Oh, hier ist Granatenwerfer. Oh, haben wir aber recht. Du hast auch was zum, ähm, so Snipper-mäßig? Ja, ich hab zwei Sachen. Mit dem er und einmal hier die Nadelwerfer. Okay, perfekt, weil... Warte, lass mich hier kurz gucken. Ich renne jetzt, ich versuch mal. Mein Glück. Nein! Ich hab's nicht gepackt. Man hat dich gesehen, man hat dich gesehen. Ich bin tot. Ich wollte nämlich den Käpt'n sofort erwischen. Bleib du mal hinten. Hier sind noch welche unsichtbar. Oh mein Ei. Oh mein Ei, oh! Oh mein Ei. Oh mein Ei. Schnappen. Vielleicht nicht viel Nütze, aber egal. Oh, da ist noch ein Kapitän. Zack, dankeschön. Da muss aber noch einer leben. Da ist noch irgendeiner am ausflippen. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Oh, habe ich den aus Versehen erwischt beim ausflippen? Lustig. Ja, da wollte mich einer attackieren mit dem Schwert. Und da ging hier ein Grunk-Kamikaze los. Und ich habe ihn nicht zufällig. Gut gemacht. Die kommen jetzt, kommen jetzt von der Tür. Was? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Mit der Tür, mit der Tür. Beide Seiten. Oh, und ich habe natürlich keine Munde mehr an meine Türen. Okay. Ich habe das voll vergessen. Als ich das aktiviert habe, fiel mir das gerade ein. Warte, ich aktivieren. Zu spät, ist schon zu spät. Unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Anger. Jetzt kann ich nur ein paar Granaten schmeißen. Ich bin jetzt tot. Ich bin da. So. Ein paar Nates. Kriege ich den? Nein, kriege ich nicht. Ach, jetzt. Verdammt, ich habe das voll falsch eingeschätzt. Oh. Hier ist für dich deine Snippern, Nadelwerfer, ne? Ja, ich habe hier noch. Ich habe auch 69 Schuss. Warte, mach ich da nicht mein Buttermesserchen. Ja. Ich weiß es. Doch, ich weiß es aber. Wo ist unser goldener Kollege? Ich suche den goldenen Kollegen. Macht mal keine Sorgen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Schon down? Wie ist das? Hier ist das Schmerz? Ja. Scheinbar. Gut. Hier ist was, hier ist was. So, ich würde mal sagen, bleibt mal hier stehen. Dann cutten wir nämlich, weil gleich gibt es wieder eine mega Action. Action, Action. Richtig, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ich habe jetzt Hello Reach mit dem Wallo und mir. Schau mir so schnell die Seite oben lecken. Ja, Mann, wie schnell das geht. Ich bin der König der Welt. Alles klar, wir müssen sein. Okay, tschau. Tschau, tschau.